Hey ho Leute und willkommen zurück zu DLC Quest, was heißt es geht weiter mit bescheuerten Musik, hier ziemlich geiler Musik, und bescheuerten DLCs, so rum, so ist besser. Ich weiß nicht, ob ich mich hier gerade umschauen wollte oder was ich vorhatte. Sterben, sterben, sterben wollte ich. Oh, ich hab keinen Walljump bisher, stimmt. Stimmt, da war was. Warum bin ich eigentlich gerade auf dem Weg nach draußen? Ich weiß es nicht. Moment, ich wollte nicht da hoch. Kann ich dich töten? Okay, nein, ich kann nur mit dir reden, stimmt. App Layer. Keine DLCs, ich hab Walljumps. Okay, dann gehen wir jetzt wieder rein und gucken, dass wir mit dem Walljumps hier voll cool... Dark Zone. Sind wir jetzt im Limbo angekommen? Quasi. So. Oh, ich hab einen... the Lord. Und dann gehen wir hier mal... und dann gehen wir zum Müll und dann modification. iągös. Und da geht's doch rein. Ist nicht rein. Also es geht rein, aber nicht wirklich. Wieso? Wieso geht's denn überhaupt rein? Okay. Ich glaube, ich will mich erst doch hier umschauen. Ich glaube, hier gibt es nichts zum Umschauen. Hier unten gibt es Zeug. Moment, fangen wir links anzulesen. Äh, rechts anzulesen. Diese Umgebung ist da, weil unser Kunstdirektor sagt, dass Silhouettes artistisch und trendig sind. Ja. Warte. Wie leistest du diese Signale? Ja, das ist eine gute Frage. Checkpoint. Helen, bitte add Sony. Bitte add World. Okay. Ist hier jetzt gar nichts? Kann ich hier irgendwo rein? Suche das Easter Egg. Hallo? 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 Ich bin da. Okay, hier geht es nirgends hin. Schade. Aber die Musik hat auch gefehlt. Also war es sowieso langweilig. Hm, ich bin nicht vorne durch den Checkpoint. Ich funde halt immer noch das hier, irgendwas... Wo sind wir denn jetzt rausgekommen? Ach, hier sind die ganzen Toten. Okay, da war ich noch nicht. Ist auch immer ich da. Wahrscheinlich kam ich da ohne Doppelsprung vorher nicht hin. Ich wollte auch in den Kommentaren des Öfteren darauf angesprochen, wie geil denn die Musik ist. Ja, ist es. Jump against the wall, then jump again. If you have the DLC, of course. Hey! Jump, jump, jump. Oh. Ist es hier? You got it. No problem. Sincerely, Game Designer. Oh. Oh. Shepard. Ich höre wieder. Ich höre wieder. Das Künstler hat dich. Ich dachte, du warst tot. Oh. 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 Nein, 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 nein. Ganz... Ganz das Gegenteil. Boah, was? Warte. Warte. Du bist hinter all den Gehörungen? Ein langer Zeit, vielleicht in einem anderen Spiel, du hast mein Schiff. Das hab ich nie getan. Nein. Ich doch nicht. Wenn ich jetzt fleißig wäre, würde ich es jetzt reinschneiden, aber nein. Ja, er hat sogar ein Schild gemacht, dass wir sie nicht töten. Jetzt wirst du und jeder andere den Preis dafür zahlen. Bereite dich darauf vor, an Zombieschafen zu sterben. Naja, an den Hufen von Zombieschafen. Und wenn du diese Schafe tötest, kommen sie einfach zurück. Sind Zombies nicht toll? Okay, genug Smalltalk. Bereite dich darauf vor, zu sterben. Bila. Harmless Plans Pack. Ich brauche Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Denn Pflanzen helfen gegen Zombies. Und wenn du siehst. Jetzt auch über welche? Nein, hier nicht. Nur da hinten. Gut. Oh, das wollte ich gar nicht. Und runter da. Und runter da. Wo? Hallo, Jolly. Brains! Warte. Wolltest du nicht das lieber haben? Wollt ihr nicht das... machen? Nein... Wer hätte gedacht, dass Pflanzen Zombies besiegen können? Ich meine, das ist doch irgendwie ein bisschen dumm, wenn du darüber nachdenkst, oder? Warte, warte! Komm schon! Spieler! Okay, Outro. Aber das war's doch noch nicht, oder? Spieler! Spieler! Shopkeeper? Was tust du hier? Kannst du nicht gehen. Was? Hier ist mein Weg. Ich muss triumphierend hier langlaufen, während die Credits ablaufen. Ich kann dich das nicht tun lassen. Es ist viel profitabler für mich, wenn du versuchst, ein Held zu sein. Ich bin ein Held. Ich hab die Stadt gerettet. Jeder ist sicher. Sicher vor was? Zombieschaffen? Bitte. Es sind viel schlimmer gefahren als Zombies. Weißt du? Äh, ja. Ich zum Beispiel... Das Ganze läuft nicht auf dem Server. Also nicht, dass ihr euch wundert. Das Ganze ist Teil des Spiels. Mobbing. ... Gar! Disconnect des Todes. 5... 8 3, 1 Cut Content Pack Oh, hab ich beinahe reingesprungen Alle hüpf 3, 2 3 4 4 5 5 12 12 12 12 13 15 16 16 17 20 21 21 21 21 22 22 22 23 22 24 24 25 25 28 25 Geheimgänge in Geheimgängen jetzt nur noch mehr Geheimgänge Geheimgänge in Geheimgänge Geheimgänge in Geheimgänge Geheimgänge in Geheimgänge 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 Nein. Also wahrscheinlich von unten irgendwie, aber... Leck, leck, leck. Verliere man einen Orten. Auch nicht schlecht. Ich habe 221 Münzen. Und ich würde einfach mal sagen, an der Stelle machen wir mal einen Cut. Mit 229 Münzen und vier kurzen Herzen. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht. Wir werden es mal sehen. Aber ich glaube, eine Folge... Also, der folgt noch eine Folge werden. Bestimmt. Und bis dann. Ciao.